Vergnüglich, vergnüglich kann man hier rumfahren. Auf dieser Wiese, seht ihr das? Da sind lauter diese Stangen für die Greifvögel. So, und warum ist das jetzt so? Hi, ich bin der Erklärbär. Auf dieser Wiese sind Stangen angebracht. Das ist eine Schonungswiese, so nennt man das, denke ich. Und da sind Setzlinge gesetzt. Und diese Setzlinge werden gern von Mäusen gefressen und dann wachsen die nicht. Und deshalb haben die da diese Greifvögelbäumchen hingestellt, weil natürlich die Greifvögel die Mäuse fressen. Also kein gutes Gebiet für Mäuse. Und ich dachte, es wird Sonne. Ich habe nicht meine Regenjacke mit. Schönes Tal hier. Hier ist ein Schwerengebietsschwögelbäum. Und das ist alles von Schafzucht. So Magerrasen. Kleine Kokusse und herbstzeitlose sieht man noch. Ist nett. Kleine Kokusse. Keine Kokusse und herbstes Kot był gut. Keine Korporxilmen. Jetzt hat es angefangen zu nieseln, aber es ist trotzdem so schön. Es ist ein gutes Tag hier. Ich muss gerade lachen, dass das unser Weg ist. Hier ist auch Gülle rausgefahren. Wir fahren ja mittlerweile alles nur mit einem Klapprad. Und dann finde ich sie mir total witzig, wenn dann die Leute kommen. Und du bist dann irgendwo in den Bergen oder irgendwo abwegig. So, wo Schotterpisse ist und Matsch und Dreck. Und dann kommen sie alle mit ihren E-Bikes, mit dicken Stollenrädern. Wir fahren halt alles mit einem Klapprad und Bio. Eigene Kraft. Trotz gebrochener Rippe und Bänderriss. Und dann sind die Klapprad. Und dann sind die Klapprad. Das muffelt ja nach Düngung von den Kühen. Da steht ja auch der Camper. Da sind wir wieder da. Am Flugplatz, Wanderparkplatz. Also Wanderparkplatz beim Flugplatz in Hainingen. Da stehen sogar Toy-Toiletten, weil da war ein Fest. Gestern war ein schön Flugbetrieb. Samstag war schön Wetter. Motorschlepper mit Segelflieger. Und so könnte man ein bisschen zugucken. Juhu! Na? Da oben. Da auch da. Hier. Bewegt sich nicht. Schmeißt Sachen runter. Knuspert was. Jetzt. Ah. War sie lang? Das ist ein lustiger Kerl. Das hellbraun. Mit... Mit einem schwarzen Schwänzchen. Eine Mischung. Ah, ist sie da hinten runtergeklettert? Unter dem Stamm. Ich find Eichhörnchen so cool. Unter dem Stamm